Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Arrrr, naja diesmal ein anderes Arr, und auch salvetes Spectatorius zu einem weiteren Teil von Let's Play Against. Wer ist da größten? Mit mir dem Tante Günner, auch bekannt als Günter Scherdo, und ich bin natürlich nicht alleine da. Der Skarsnick, der noch nicht ganz so größten, der ist auch da. Ich grüße dich, Mörb. Ja, wow, meine lieben Freizeitstrategien da draußen. Vor allem bin ich gerade eben mit einem Award ganz vorne dabei, und zwar, ich bin da Verwirteste. Denn, währenddessen du gerade eben anmoderiert hast, fiel mir eine sehr, sehr interessante Sache auf, die ich vorher auch noch nicht wusste, Günter. Meine Armee ist in einer Stadt und regeneriert momentan dementsprechend, währenddessen mein War anscheinend vor der Stadt steht, und weil da vampirische Korruption ist, dann... Kriegst du Verschleiß, oder was? Ja, ich krieg Verschleiß. Mit der War-Armee. Wow. In der Stadt. Das ist echt obermies. Das wusste ich auch noch nicht. Ich glaube, ich schreib das gleich mal auf, ey. Kann man gleich wieder was melden, ey. Ja. Okay, ich reparier das. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich war gerade total perplex. Warum kriege ich eigentlich... Ah, oh ja, das war ja hier, das... Ich habe hier ungewöhnliches Wetter. Minus 20% Verlustverstärkungsrate. Stimmt, ja, bevor ich es vergesse, ne? Hm. Ich liebe dieses Spiel, genau, ja. Der perfekte Zeitpunkt, um Krieg zu erklären, übrigens. Was ist also dein schicken Debuff? Das freut mir persönlich doch sehr. Hm. Kann ich jetzt persönlich voll hart mit leben. Kannst jetzt so tun, als wärst du da oberharten, ne? Genau. Guck mal hier wieder in den Hinterhalt, du Hinterhältiger. Und da bauen wir noch nix aus. Und das bauen wir vielleicht noch aus. Ich muss noch irgendwas ausbauen, auf jeden Fall. Äh, wollte ich das hier haben? Hehehe. Noxatu schreibt in den Chat, die Stadt ist halt nur was für gehobene Gobos. Türsteher sagt nein. Hehehe. Hey, Knappfi. So, das bauen wir jetzt einmal aus, übrigens. Und, äh, was brauchen wir denn noch? Brauche ich Squeaks? Leute, spielt ihr Squeaks? Spielt einer von euch Squeaks? Außer Mörb jetzt? Ja, der Mörb halt wieder, der spielt Squeaks. Ich weiß, ich bin ein Sonderling. Hehehe. Ich finde Squeaks geil, weil die sind wenigstens schnell. Das stimmt. Squeaks sind geil, ne? Ja, selten, schreibt Roller Ronan. Also, die sind halt eigentlich schon ganz geil gegen Infanterie, ne? Also, halt nicht auf sehr schwer gegen KI-Infanterie, aber ansonsten... Gegen Fernkämpfer. Ja, gegen Fernkämpfer und in den Rücken, ne? In den Rücken sind die auch geil, ne? Also, frontal darfst du mit keiner Kavallerie irgendwas machen. Also, auch mit Squeaks nicht. Die zähle ich ja auch dann zur Kavallerie. Mhm. Aber wenn du irgendwie was in den Rücken angreifst, sind die schon fatal. Mhm. Okay. Ähm. Wo ist der Typ hin? Ah ja, da hinten. Okay, das ist schon mal ganz brauchbar, wenn ich den hier sehen kann. Äh, und dann noch Komodir, danke übrigens für den Follow. Und Karnes Lupus, äh, danke für den Follow. Ähm, ja. Und dann, ähm, was war hier? Ne, das baue ich nicht weiter aus. Das ist alles soweit erstmal okay. Ähm, mam, 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 mam. Ah ja, genau, ich kann auch eine Tech forschen, ne? Warte mal. Zähne ziehen. Gehorsam. Schrottverbesserungen hier für Gobbus und Gobbo-Bogen-Schützen brauche ich unbedingt. Was haben wir noch hier? Schwere Keulen. Wildorx, Spicker, Moschas. Versteckungsrat für Wildorx. Aber ich habe noch keine Wildorx. Die Jungs sind ja keine. Die Jungs sind ja keine Wildorx. Entschuldigung. Jo, machen wir jetzt erstmal so. In der nächste Runde können wir auch nochmal ein bisschen nach der Diplo gucken. Aber Grüne heute sind ja ohnehin nicht dafür bekannt, dass du viel mit der Diplo machen kannst. Ja, das ist wohl wahr. Und was wollen die erwarten? Ah, nix. Okay, gut. Alles klar. Das tickert einfach nur so durch. Mhm. Ja, der Wärme von der CA will ja gerade, dass wir solche Bugs reporten. oder sich ungereimt halten. Hantix3D schreibt übrigens gerade, was ich von Riesen halte. Warte mal, wo greift der mich jetzt da an? Hm? Das darfst du... Wo greift der mich da gerade an? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ah, das habe ich über die Konföderation bekommen. Ah, das war das. Ich spiele das. Wenn du willst, kannst du nicht spielen. Ist mir egal. Ja, dann spiele ich das. Also, bevor du das hier gerade eben ewig mit der KI rummachst, dann lass ich mich gucken. Bevor ich der KI tatsächlich noch ein paar Verluste beibringe, ne? Genau. Ist jetzt natürlich klar, egal wie es ausgeht, es wird ein Sieg sein für die KI, aber dann gucke ich nicht nur zu. André fragt, wenn meine Facecam kommt. Echt? Wollt ihr eine Facecam haben? Also, ich meine jetzt, so hässlich bin ich jetzt auch nicht, ne? Also, aber ich hätte jetzt nie gedacht, dass ich eine Facecam brauche. So, pass auf. Du sagst ja, ne? Du willst das spielen, damit es nicht ewig dauert gegen die KI, ne? Also, ich mache auch kein Cornercamping und so, ne? Aber dafür würde ich dann auch sagen, suchen wir auch die Konfrontation, ne? Also, wir wollen ja nicht dann... Ja, ja, ich bin dabei. Wir können loslegen, sobald immer du willst. Okay. Zum Glück schießt du auf die Goblins. Witzig, ist ja kaum Exploity hier, ne? Wie schnell die sich drehen. Naja. Schaut mal, meine Jungs, die schießen überhaupt nicht. Die drehen sich zwar, die schießen aber noch nicht mal. Das ist ja auch lustig. Kannte ich jetzt auch noch nicht. Ich renne jetzt halt einfach die ganze Zeit um dich hier rum, ne? Ja, da macht dreifach und sei ein Mann. Also, wenn du mich jetzt hier kiten willst, da hättest du auch die Kräger spielen lassen können. Ich warte, bis die Armee da ist. Alles gut, ey. Und ausweichen. Ach, komm hier. Die Harass liegt jetzt hier erstmal bloß mit den anderen. Ja, das ist ja lame. Da brauche ich ja nicht... Also, dann kann ich es auch autoresolvent, ne? Ja, warum soll ich denn mit den Pistollieren in den Nahkampf gehen? Das sollst du, das musst du doch gar nicht. Du kannst mich einfach angreifen. Aber wenn du mir jetzt... Ja, mach ich doch. Ja, aber wenn du jetzt... Männer laufen doch hin. Du hast dich so weit da hinten hingestellt. Was heißt so weit da hinten? Ich stehe ganz vorne in meiner Aufstellungszone. Ich stand nicht so weit hin. Ich stand einfach nur auf der linken Seite. Das könnt ihr auch bei mir im Video sehen. Ich stand ganz vorne. Ich stand auch ganz vorne. Also, ihr könnt das bei mir im Video sehen. Ich stand einfach nur auf der linken Seite. Das war alles. Das war alles. Da brauche ich das auch nicht, äh... Da braucht man das auch nicht zu spielen. Ich dachte, du greifst mich dann halt an und kaitest mich nicht mit den Pistollieren. Ich habe doch gar nicht gekitet. Ich bin mit den... Ja, du reitest... Okay, gut. Du hast dich gekitet. Die ganze Zeit an dich ranmarschiert. Die Pistolliere waren bloß am erstes da. Du reitest halt mit denen die ganze Zeit um meine Jungs so rumrum. Und das dauert ja dann trotzdem einfach wieder länger. Ich dachte, dann... Was soll denn daran länger sein? Was soll denn daran länger dauern? Einheit vor. Bitte erkläre dich, was soll denn daran länger dauern? Meine Infanterie ist die ganze Zeit marschiert. Die hat keine Sekunde Pause gemacht. Ich konnte sie nicht weiter vorne aufstellen. Ich war gerade eben in dem Moment, wo du die Schlacht beendet hast. Es ist ja auch in Ordnung. Es ist ja auch in Ordnung. Ist ja auch okay. Ich meine, du spielst die Einheiten ja so, wie man es jetzt auch irgendwie spielen würde. Ja, so würde ich gegen jeden spielen, diese Einheiten. Du kannst es halt... Pass auf, du kannst es halt auch so sehen. Du bist 5 zu 1 in der Überzahl. Ja? Frage, ob man das dann halt so machen muss. Äh... Und das darfst du natürlich selbst entscheiden. Das ist eine Entscheidung, die nehme ich dir dann natürlich nicht ab. Ich verstehe ehrlich gesagt gerade echt nicht, auf was du hinaus willst. Ja. Ist okay. Ist auch nicht so schlimm. Ich verstehe es. Es ist ja... Es ist... Machst du es automatisch, oder was? Ja, natürlich. Das ist jetzt die Armee, die belagert meine Stadt. Es ist auch nicht so schlimm, wenn du das nicht verstehst, dann ist das halt so. Dann ist das... Ja, dann ist das halt so. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das anders erklären kann. Also, ja. Ja, ja. Erathorn und Co. Also, wie gesagt, Verluste senken ist Günners Ding, aber die Stadt verliert er doch sowieso. Die Stadt ist ja weg. Deswegen verstehe ich es nicht. Also, es ist ja... Es macht ja keinen Sinn, da jetzt auf Verluste der eigenen Garnison zu achten, die danach sowieso tot ist. Nein, es geht halt natürlich darum, ich möchte natürlich auch nicht einfach so die Stadt halt herschenken. Das war eigentlich die Absicht halt hinter dem Ganzen. Ja, ja. Das verstehe ich schon, aber im Grunde war es eigentlich umsonst das zu kämpfen, sage ich jetzt mal. So ist es, genau. So, eins, zwei, drei, vier. Dich noch rein. Na, also... Also, das sind halt diese typischen Schlachen, die ich persönlich einfach sofort berechne, weil, ja, kann es eh nicht viel machen. Meiner am Ansicht zumindest. Zaraxyl soll bitte das nächste sein, was wir ausbauen. Oh Gott, oh Gott. Dass die Grünen heute aber auch immer erst ab Stufe 3 bei den Nebenstädten überhaupt irgendwas Sinnvolles bauen können, finde ich immer so ein bisschen anstrengend. So. Mein Turn geht relativ schnell. Ja. Boah, was habe ich hier so viele von denen verloren. Ja, das tat jetzt schon weh. Komm. Gebt denen es hier noch... Die wollte ich ja eigentlich behalten, aber sind sie halt tot. Egal. Dann sind sie halt weg. Äh. Dann gebe ich denen noch hier diese gezackten Dinger da. Boah, das dauert jetzt echt ewig, bis die regenerieren. Und mein, wow, der stirbt halt. Der, wow, stirbt halt einfach, du. Äh, ist das herrlich. So. Dann. Dein Turn. Ciao, Ossi, schön, dass du dabei warst. Okay. Ossi, Ossi zu einer Facecam überreden, meint er gerade. Bitte? Ja, Ossi meint, ich solle dich zu einer Facecam überreden. Okay, gut, ja. Wenn die Leute das sehen wollen. Ähm. So nach dem Motto, es ist, es reicht schon, wenn ich es jeden Morgen sehen muss. Also, ja. Okay, gut, ganz so schlimm ist es jetzt auch nicht. Ja, ja. Das ist immer, wenn man in den Spiegel guckt, denkt sich, ach, du bist auch da. Ja, es ist halt mehr so die, ähm, äh, das muss man dann halt wieder installieren, dann muss ich mir da irgendwie so ein, äh, da muss ich mir da irgendwie so was hinten hinhängen in den Raum, das ist halt nur wieder Trara, was ich halt nicht so brauche. Ähm, okay, ich weiß nicht, will ich jetzt hier dafür echt fünf Runden warten? Oder hierfür, also ich weiß nicht, das ist irgendwie alles so. Also eher dann hier die Heilpilze, ne, das ist ja so eine generelle Verlustverstärkungsrate. Oh ja, die sind gut. Ich glaube, das ist, ähm, tatsächlich was, was wir hier gut gebrauchen können. Ähm, da haben wir sie auch. Ich gucke jetzt einfach mal aufs Geratewohl. Ich brauche definitiv mehr Daka, Hans. Wo bekomme ich Daka her? Das mache ich auch gleich, aber wie gesagt, meine War-Armee ist eh gleich weg. Also die ist eh irrelevant. Und ich muss jetzt Miralliano halten, weil ein bisschen Miralliano gerade eben wichtiger. Versuche ich mir Miralliano jetzt halt einfach zu verhindern, dass es da so schnell zu einer Rebellion kommt. Sobald ich diese Einheiten rekrutiert habe, werde ich rüber gehen. Dann habe ich wieder die Fullstack, die ich jetzt hier haben will. Und dann kann ich dann hier mich hinstellen und dann regenerieren. Und ich habe auch vor, definitiv hier Lucini einzunehmen, weil diese vampirische Korruption kann ich so nicht akzeptieren. Die ist echt übel. Und wo war es jetzt eigentlich angegriffen worden? Das war, ähm... Wie heißt das Ding da? Der Steinminenturm. Den habe ich über eine Konföderation gekriegt. Ja, okay. Ja, ja. I see, I see. Boah, Alter, ey. Ich hasse dich. Also nochmal hier. Zahlung anbieten. Okay. Ab wann wird es denn hoch? Ja, Arathon, aber wir haben uns ja beim letzten Mal geeinigt, dass wir nicht gezielt jetzt hier Rebellionen farmen. Deswegen, äh... Ja, das wäre ein bisschen lame. Das ist noch ein weiterer Grund, warum ich das jetzt hier nicht aktiv betreibe, sondern erstmal jetzt hier drinnen bleibe. Und versuche, die Rebellion weitgehend zu ersticken. Was ich Solo natürlich nie machen würde. So 5.000. Das heißt, ich muss ihm irgendwie 2.500 oder sowas bieten, ne? Okay. Gut. Dann, ähm... Ja, nach der Koordination wählen. 10 Turns. Sehe ich bei einem Schutzbündnis auch die Armeen? Nee, ich glaube nicht. Ich sehe nur eine und ich weiß jetzt auch nicht genau, warum ich die sehe. Also, du siehst auf jeden Fall nicht die volle Kampagnenkarte und ich glaube, du siehst auch nicht die Sichtweite der Armeen. Aber nagel mich nicht drauf. Mh... Warum passiert hier gerade nichts? Ah, okay. Weil ich gerade etwas geklickt habe, ja? Der soll Korruption bereinigen. Ah, okay. Der hat schon geskillt. In dem Augenblick, wo du beendet hast, habe ich, glaube ich, gerade eben den Skillstream meines Gargons. Ah, ja, das kann passieren. Ja, sorry. Erstmal sage ich dann Bescheid. Dann geht das schneller. Hero Sandwich sagt, Facecam finde ich auch gut. Okay, Leute. Also, wenn das so ist, dann bitte. Der hat Tilschik gesagt, ich muss erst das Gesicht sehen. Dann entscheide ich, ob ich die Facecam haben möchte oder nicht. Danke. Endgüner gibt es tatsächlich schon im Internet. Ja. Stimmt. Sogar mit Bart, glaube ich. Ach, bist du gerade eben ohne Bart? Nö, nö, mit Bart. Also, seit Jahren ja jetzt, ne? Aber es gab mal eine Zeit, da... Da hatte ich keinen Bart. Und dann habe ich extra, als ich auf der Gamescom war, habe ich gedacht, komm, ich will nicht, dass mich die Leute dann alle erkennen, so zuordnen können, so von der Arbeit her und so. Und dann habe ich gedacht, komm, ich lasse mir jetzt ein Bart wachsen. Und dann sagte meine Frau, hey, mit dem Bart siehst du so viel besser aus als ohne. Lass doch einfach. Der Moment, wo du gesagt hast, danke, Frau. Ich war dann in dem Moment eigentlich auch einfach nur wieder ganz dankbar dafür, dass sie mich geheiratet hat, auch als ich noch keinen Bart hatte. Wow. Okay, der Typ hat gerade mit seiner Fullstack-Armee den Steinminenturm kolonisiert. KI, ich mag dich echt nicht. Das ist das behämmert, ey. Karak-Angasa wird übrigens von Balthasar Geld gehalten. Aha. Boah, Leute, diese Map ist echt... Diese Map ist echt crazy. Erobert oder besetzt und reißt 100 Siedlungen nieder. Ich habe sieben. Wie sieht denn das bei dir aus? Bis jetzt habe ich sieben, ja. Oh, okay. Dann sind wir noch unentschieden. Mhm. Hm. Hm. Miami sagt, ich soll nachher mal meine PM checken. Ähm, auf Twitch oder wo? Oder bei Steam? Oder wo hast du mir geschrieben? Ja, Arathorn schreibt, ein erwachsener Mann braucht ein Bart. Sehe ich auch so. Und Kinder könnten auch Bärte haben. Sehe auch witzig aus. So ein Vierjähriger, wenn ich mir meinen Sohn mit Vollbart vorstelle, das wäre halt einfach nur witzig. Aber der Arme, ne? Stell dir mal vor, so ein Vierjähriger, den müsste es... Nee, besser doch nicht. Dann müsste ich als Eltern den am Ende noch rasieren täglich, ne? Sonst sieht er ja dann irgendwie mit sechs Jahren aus wie so ein Gandalf der Graue oder sowas, ne? Ein Mini-Alm-Öhi. Ja. Besser nicht, ey. Jeder braucht nen Bart, ne? Deine Frau auch, Hans-Heinerich, oder? Er schreibt, jeder braucht nen Bart, ne? Ja. Kaktus Jack sagt, Günter, was sagst du zum Troy-Trailer? Ja, ich sag, auf jeden Fall geil, hab ich halt letztes Jahr schon auf der Gamescom gesehen und durfte bis dahin nicht drüber reden. Im Trailer hast du gesehen? Ich sag nicht, was ich gesehen habe. Okay. Ähm, nee, also ich hab letztes Jahr auf der Gamescom auch schon viel zu Troy gesehen und durfte nicht drüber reden, aber bald darf ich drüber reden. Du darfst nicht drüber reden, weil ich durfte ja damals drüber reden für das, was ich auf der Gamescom gesehen habe. Ja, aber da ist ja natürlich, da darfst du ja nur so, so grobe. Ey, sag mal, wählst jetzt mal bitte keine Stellung aus. Danke, Spiel. Ich hasse dich wieder. Mini-Top. Ja, genau, so kleine Mini-Sisi-Top. Ja, ja, genau, das ist ja witzig. GG, ihr Menschens. Alter, der hat noch 112 Gobbos gekillt mit seiner Armbrust, der Drecksack. Wow. So. Da ist die KI. Der Walmir-Gauswerfer. Ein Gauswerfer? Heißt, Walmir-Gauser, ich nenne ihn jetzt Walmir-Gauswerfer. Alternative wäre noch Walmir-Der-Herauswerfer. Da sind sie, die Rebellen. Äh, bis jetzt nicht. Nakbat-Verachter. So heißt er. Ich finde das total witzig, ey. Warte mal, wie viel zahle ich jetzt prozentual mehr? Ey, das ist echt der Witz bei den Grünhäuten. Seht ihr das, Leute? Ich zahl gerade mal vier Prozent mehr. What the fuck? Das ist ja nix. Gleich zu den Elfen. Genau, Nacktbart-Verachter. Das wäre auch ein Name, Ewen-Goblin. Das wäre auch ein Name, Ewen-Goblin. Die Diplomatie gerade? Ne, ich muss gerade gucken. Irgendwie wollte ich den Grim-Go anders platzieren. Okay. So wollte ich ihn platzieren. Wow, ich kriege tatsächlich null. Okay. Ey, Alter, das ist auch wieder so geil, ne? KI holt sich eine Ork-Siedlung. Macht sie erst mal, nee, kolonisiert. Genau, kriegt erst mal plus 15 auf die öffentliche Ordnung, ne? Hat schon 18 und kriegt noch mal plus 15. Boah, er ist so imbar, ne? So imbar. Okay. Ich baue weiter aus, glaube ich. Hier? Vielleicht. Wo sind die... Zwerge? Alter. Das ist schon wieder so Welt zu Gast bei Freunden, ne? Was sie da veranstalten wollen, ne? Okay, komm schnell zurück. Bevor die sich's noch irgendwie anders überlegen. Was war jetzt hier? Kannst du... Das kann man, glaube ich... Will ich das abreichen? Eigentlich ja, ne? Ich brauch's eigentlich nicht unbedingt. Was ist die Alternative dazu auf Tier 1? Was ist die Alternative dazu? Das Ding? Oder... Das Ding? Aber 2% Verlustverstärkungsrate ist halt auch nix, ne? Nee, das ist echt... Das ist wenig, ne? Also... Ja. Ähm... Wie halt die... Korruption hier zunimmt. Ich hasse dich, Aranessa. Ich hasse dich. Uff, okay. 60. Hm. Schrott. Oh, Fader. Ich brauch Schrott. Ich hab ne Menge Schrott. Ich brauch Schrott. Ich brauch Schrott. Mach mal hier. So, jetzt muss ich hier rauslaufen, Leute, zum Regenerieren. Sonst wird es ja nix mehr mit meiner Armee. Ja, die Aranessa kann wirklich nerven, ey. Der hat jetzt übrigens Verstärkung bekommen, glaube ich, der Typ. Kann das sein? Das wäre natürlich nicht ganz so geil. Aber warum krieg ich hier... Na, wahrscheinlich, weil der das halt gerade wieder kolonisieren muss, krieg ich deswegen hier halt keine Kohle. Und erklärst du dir den Krieg? Nein. Sie wollte gerade, dass ich meinen Nicht-Anfluss-Pakt mit der weißen Hand breche. Und ich denk mir, warum? Ich will doch dich töten. Genau. So, du hast noch nicht verstanden, wohin unsere Beziehung führt, Aranessa. Der hat noch ein War. Aber der War ist ja da hinten. Ja, äh. What? Alter, woher kommt diese zweite Fullstack? Leute. Ich hab keine Ahnung. Also, die haben eigentlich... Also, ich sehe nur eine Stadt von denen und das ist Zvorak. Fullstack Ex Machina. Der greift mich gerade mit einer zweiten Fullstack-Armee an, Leute. Glaubt's mir bitte. Ich muss mich mal gerade hier zurückziehen. Alter, was ist das wieder für eine Lamer-Kacke? Wie ich dieses Spiel hasse, ey. Ne? Du siehst halt nix und auf einmal steht da eine zweite Fullstack-Armee. Ja, ja. So lächerlich. So lächerlich, ey. Einfach nur lächerlich. Endlich erst mal deren Existenz hier. Diese Rebellions-Armee muss weg. Tschüss. Äh, das würde ich gern spielen. Nein. Oh, Alter. Der hat 115 Kills mit den Wildschwein-Reitern gemacht. Und mit den... Wolfsreitern mit den Bogenschützen. Und mit den Spicker-Schützen. Ja, weil die Spicker-Schützen ja alle so geil treffen, wie wir wissen. Ja, die haben ja den Nachteil, ist sehr genau. Ja. Oh. Ey, es gibt's nicht. Die Aufständischen Kits der Halbmonde kommen zu mir und greifen mich hier an. Ich muss übrigens gerade auch einfach nochmal wow sagen, weil sich Grimgok... Ihr habt ja gesehen, er stand hier, ne? Und anstatt, dass ich hier einfach einen Meter zurückzieht, ins eigene Territorium ziehe, dass ich hier hinten hin zurück ins feindliche Territorium. Das gibt's doch nicht. Wie geht denn sowas? Arge. Arge, arg, arg. Ich brauch nen Vark. Mhm. Okay, das ist gerade eben äußerst irritierend, was hier gerade passiert. Ich gebe übrigens nochmal für die Zuschauer den Hinweis, Ausrufezeichen, Multi. Ich tipp's auch nochmal in den Chat. Heißt das Zauberwort? Da könnt ihr Mörbs und meinen Stream parallel gucken. Denkt bitte daran, den einen Stream auf 100 zu stellen und den anderen nicht ganz zu muten, sondern nur auf 3-4% zu regeln. Dann kriegen wir nämlich beide die Views und es ist natürlich von uns eben beabsichtigt, dass wir uns nicht hier gegenseitig die Zuschauer wegnehmen. Und insofern würden wir uns hier über eure Unterstützung freuen. Exactly. Ich muss sich mal überlegen. Will ich die Kurbelwagen nehmen? Oder will ich lieber da großen Jungs nehmen? Ich hab mich immer noch nicht entscheiden können. Ich verstehe das immer noch nicht so recht, was das hier soll. Hm. In welche Richtung guckt er? Er guckt in Richtung Zwerge, meine ich. Das ist schon mal ganz gut. Er guckt nicht in unsere Richtung. Sonst haben wir gleich noch Skaven-Fullstack-Armeen hier vor der Tür stehen. Das ist ja nicht so witzig. Das mache ich jetzt gerade eben sogar, Leute. Ich plündere jetzt hier kurz mein eigenes Land. Um eine Revolte zu bekommen und XP zu fahren. Nein, 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 nein. Die öffentliche Ordnung bleibt bei plus sechs, aber ich bekomme dadurch eine schnellere Verlustverstärkungsrate. Und ich verliere tatsächlich nur ein bisschen Geld dadurch. Die Grenzgrafen mögen dich übrigens. Äh, was? Mich? Mhm. Ja, die mögen dich. Warum? Glaube ich zumindest, oder? Ich weiß nicht. Nee, die hassen mich. Hassen dich? Okay, gut. Ja, sie hätten mich jetzt aber auch gewundert. Minus 65. Hm, sie hegen Sympathie. Ah, nee, okay. Dann war das, weil ich die Skaven ausgewählt hatte. Dann mögen sie die Skaven. Okay. Ja. Wahrscheinlich, weil die Skaven mich hassen, ne? Wahrscheinlich, ja. So, Diplomat-Tier. Dann... Ich wollte ihn hier vergessen zu bewegen. Ich wollte ihn hier hinbewegen. Ach, greift ihn. Die großen Jungs soll ich nehmen. Ja, ich glaube, dass die Trolle auch besser sind. Die Trolle wäre eine interessante Ergänzung. Die Arachner-Rock-Spinnen werden auch verbessert. Ja. Das mache ich so. Ich mag dich übrigens. Also, ich mag dich so oder so, aber ich mag dich auch im Spiel. Also, ich mag dich auch so im Spiel, aber ich mag dich auch als Grimm-Georg. Als Grimm-Georg schalte ich, dass ich nicht Grimm-Georg bin. Ach so, okay. Warum schleimt er jetzt? Da ist doch was im Busch. Ich ahne da irgendetwas. Wahrscheinlich hast du jetzt irgendjemand davon überredet, mit dem Kis zu erklären. Also, ich mag dich auch. Ich mag dich auch sehr gerne. Auch wenn ich dieser Aussage wenig Vertrauen entgegenbringe. Momente, wo ein Kompliment plötzlich Paranoide machen. Ja. Okay, also, zuerst greifen wir den Typen hier an, ne? Ähm, ja. Und das will der Merk bestimmt spielen. Und dann machen wir aber einen neuen Part für YouTube. An der Stelle im Livestream geht es natürlich weiter. Und ich sage bis dann dann erstmal, macht's gut und Pax Rubiskum Valete. Valete. Tschüss.